Mal gucken, wie viele Versuche wir heute brauchen, statt etwas vereinfachter Version der Mission. Schlimmer als gestern wird Porto ganz nicht werden. Jetzt ist ja Maike da, jetzt klappt das. Jetzt ist Maike da, jetzt kriegen wir das beim ersten Versuch hin, da bin ich mir sicher. Aurelias Mütze wieder auf und dann klappt das. Du hast vergessen hier zu sagen, Klappe, die erste oder sowas. Hoffentlich bleibt es noch bei einem Versuch. Sie ladet ja auch noch die Mission. Tasks sind wieder die selben wie immer. Aus dem Gefängnis ausbrechen, Karte finden, Kommunikationscenter hacken und dann zum Evakuierungspunkt und mit den Hubschraubern abholen. Hat sich nichts geändert dran. Okay, also Escape, neue Version. Klappe, die erste. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Da ist er. Ab ihn. Häh? Engage it well. Two, three, engage it well. Karte. Karte, der versucht zählt. Karte. Mach auf. Jetzt hauen wir die mit Fäusten? Ja. Attacke. Steffi, hackst du das Terminal? Oh. Toll. Ah, wunderbar. Ja, gewonnen. Wie geil. Noch nicht. Noch mal das Rackhole. Warte, 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 warte. Das ist markiert. Oh, ich hab keinen. Oh, ich wollte eben abballern, wer als letztes ankam. Aber ich hab keine Mutti. Ich hab mitgedacht, Michael. Ich hab mitgedacht. Hast alles Mögliche ausgeschaltet, damit keiner was tun kann. Es gibt keine einzige Waffe in der Mission, weil ich wusste, dass irgendwer irgendwer schießt. Um einfach das zu verhindern, dass man verliert, könnte man uns sterblich, glaub ich. We are brutal, everyone else sucks. Wir sind so gut. Ah. Bin doch rausgesprungen. Ja. Ist trotzdem gewonnen. Oh. Keine Wiese. Hey, alles abgehakt. Casualties, zwei. Hm. Ich glaube, das ist auch neue Bestzeit. Eine Minute 29, finde ich auch gut. Gut. Aber wir haben diesmal nicht so viele Leute erschossen wie sonst. Nein. So. Ende.